Ein Feuerzeug hat mir eine Klientin da gelassen, die mit meiner Unterstützung erfolgreich zum Nichtraucher geworden ist. Und vielleicht möchtest du auch endlich mit dem Rauchen aufhören. Eine Raucherentwöhnung verläuft bei mir so, dass wir erst einmal schauen, welche Bedeutung welche Zigaretten für dich haben. Und wir gucken auch, ob wir Ersatzhandlungen da dran binden können. Dann gibt es einige Tipps und Tricks zusätzlich und wir verankern das Ganze in der Hypnose. In der konzentrierten Form der Entspannung lernst du viel schneller und effektiver Dinge abzuspeichern und kannst sie dann im Alltag viel besser, schneller und müheloser abrufen. So dass auch das Nichtrauchen viel, viel leichter fällt mit dem, was vorher verankert wurde. Einfach, schnell und unkompliziert zum Nichtraucher. Ich unterstütze dich gern dabei, du musst dich nur melden. Bis dahin, alles Liebe, deine Regina Kirschke. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, alles Liebe. Bis dahin, alles Liebe.